Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zum Erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr die Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.